hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde football tactics nach meiner sommerpause habe ich natürlich alles vergessen was mir an tipps gesagt worden wenn ihr wenn ich irgendwas blöd macht dann bitte wenn ich irgendetwas hier falsch macht dann bitte ein kleiner hinweis nicht schlecht so wir spielen mal diesmal immer sonntagsspiel zwei spiele am sonntag so wie also quindt ist super und der kann hier den pass einfach helfen und sören und ich habe keine ahnung wie stark das sind und deswegen habe ich jetzt einfach mal rein da geht gar nichts gegen ins perger krummel krummelt vor sich hin spiel den pass auf quering von quering jetzt zu quana und quana schießt in rhein oder es habt ihr so kontrolle 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 ob wir müssen mal den zu kontrollieren den fall hier nur musst du aus gack sehr schön sehr schön das wäre natürlich hier obwohl wie ist deine verteidigung ist nicht gut und ne quana soll hier auch dann obwohl das so einzelgänger ist natürlich nicht gut ist der so gut könnte sein perfekt greckt holstein gut dass wir ihn unter kontrolle gehalten haben na sechs muss so haben wir hier ruhig meister röhrig eine kann ein paar hoch oben gegen bugattes das ist ja böse das ist ja böse wir haben wir dann im tor eigentlich beim haas im tor unserem alten haas sollten wir raus tun um um ich probier's probier's ich probier's die ist nicht schlecht blöd im spiel ist denn das da hier Oh, ja, jetzt sehe ich natürlich die Gefahr. Oh Gott, jetzt sollen wir Trimmel dorthin. Sollen wir umstellen und Trimmel hier hinstellen? Wir machen es mal ungehörigerweise. Ja, es ist alles nicht schön, sage ich euch. So, ähm, hier zu Quana. Einen gelupften Pass. Oh, oder natürlich zu Wut. Ach komm, Wut. Ist ja doch nicht so. Oh man, der hält aber auch alles auf hier. Aber Wut ist eine Erbe. Wann bekommen wir ihn wieder noch? Äh, wahrscheinlich nie. Wahrscheinlich nie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 wie kann das passieren? Gegen 100, los jetzt. Hoffentlich dürfen wir den hin. Oh, ich hab's gewusst, ich hab's. Oh Gott, es klappt hier wirklich gar nichts. Gar nichts klappt. Ja, dann muss Wut. Solange er noch... Oh, der war eine Motivation. Oh, Irgendwie, na, ist da der Wurm drin. Verlieren wir wieder. Verlieren wir. Wir verlieren das Spiel. Wir verlieren eindeutig das Spiel. Oh, das wird ja übel. Ein übler Auftakt. Ein echt übler Auftakt, zog ich ruhig. Quint. Gelupft. Quiring nimmt. Und Quiring hält. Ja, kann er nochmal? 38. 39. Minute. Quiring hält. Sehr schön. Hm. Aha. 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 Pass. Hm. Eins nach vorne. Liebe werden wir zwei nach vorne. Und... Ach komm, schieß. Kurz vor der Halbzeit. Man ist gerade noch so gerettet, ne? Müssen wir jemanden auswechseln? Hm. Das bliebe nicht. Horse. Aber wir lassen Horse mal noch trotzdem drin. Bei dem Spiel jetzt hier. Nicht gern. Nicht gern, sag ich euch. So ein Mist. Ja, Rohricht ist der beste Spieler, eindeutig. Wir haben eigentlich so eine schlechte Verteidigung und ich muss hier so ein Blödsinn. Ah, aber jetzt ja, natürlich Rohricht. Ach, Tremmel, komm, sei nicht so. Du schaffst das. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Tremmel, wieder noch drin. Ah, okay, ich probier's. Boah. Tremmel war auch nicht immer gut. So, hau mal wieder das. Oh Mann. Das wird echt übel, sag ich ruhig. So ein Mist. Komm, Wut. Ach so, der passt, es würde. Na komm, so, los, ein Zufallstreffer. Du wirst doch mal, einmal gegen diesen Imsberg, oder so, ich hab gewonnen, nee, Gewaltschuss, ne, ja. Oh, wir, wir schließen nur auf. Das ist, wow, 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 wow. So, dann kommen sie wieder. Und natürlich auf Röhricht, auf ihn zu, hau doch mal den Röhricht um, oder so. Dann kommen wir wieder, und? Und? Oh, nein! So, jetzt reicht es. Jetzt wird Haas ausgewechselt. Ist egal. Ja, dann ist es so. Und wen wechseln wir noch aus? Tremmel. Kessel können wir rein. Oh, Kessel ist ja. Ein Gramm. Kessel Gramm. Oh Mann, die sind so schlecht, sind die gar nicht. Was soll ich denn machen? Ich weiß es nicht, was ich noch machen soll. Den hier vorstellen. Das bringt daran nichts, oder? Dann haut er den. Ich probiere es, aber, ich sag euch, das wird nur noch schlimmer. Ja, ich kann nur wieder die eine Möglichkeit probieren hier. Aber Quint schafft es nicht immer hin. Das ist das Problem. Und Bobby schafft es nicht immer rein. Komm, Alter, da. Komm, mein Gott. Ja. Erst Röhricht, dann Wot. Und wahrscheinlich werden wir dann versorgen. Ja, auf wen? Achtung. Ach, auf Röhricht. Komplett neue. Oh, oh. Schön. Okay. Oh, jetzt ist... Ich werde wahnsinnig. Am liebsten wäre mit der, aber... Ach, passen wir mit Frauen. Oh, echt? Ja. Nee. Das war jetzt natürlich, gebe ich zu, das war ein riesiger Fehler. Oh, oh. Und der wird sich negativ bezahlt machen. Ah. Wieso habe ich das gemacht? Mit einem Dribbling. Wieso? Wieso? Habe ich so ein Blödsinn gemacht und habe mich einfach vorgelupft oder was auch immer. Oder zu... Zu Daube ist doch auch gut. Wieso mache ich es durch einen Blödsinn? Sagt es mir. Okay. Das ist die einzige Chance, die wir haben. noch driften. Noch driften. Achtung, zu wem? Zu wem? Zu wem? Aha, ach so. zu wem? Ach so. Um... 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 Das klappt eigentlich ganz gut, aber diesmal... Lupfen wir den mal hier hin. Ja, danke. Aber Queering hält mal. Versteht ihr? Und Queering hält den Ball. Offenbar. Danke. Und... Oh, Moment. Dann lieber hier nochmal probieren. Das ist ja schwierig. Oder doch lieber zu rot. Ja, aber hier ist auch... Das ist nicht ideal, sage ich wohl nicht. Hier ist es nicht ideal. Ah, sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Brandy. Aber ändert noch nichts an der Tatsache. Oh, recht, okay. Und, und, und. Ja, ich kann nicht hinschauen. Ich mache... Ah, aber klar. Ich hätte doch meinen Haarst drin, das ist so. Und vielleicht hätte ich ja doch nur einen raus, ne. Naja, wir müssen noch... Wir müssen noch... Soll ich noch irgendjemanden auswechseln? Queering könnte man auswechseln, ne? Wir könnten zum Beispiel... Schmitz mal rein... Da sind wir da ein bisschen, ne? Erfahrung somit. So, fünf Minuten erfahr... Fünf Minuten erfahrung. Bobby, Bobby... Ja, das war klar, das war so klar. Das war mir so, so klar. Bobby? Ach, fand mir das klar. Das war mir so klar. Pressy? Ach, von hinten noch. Oh Gott, oh Gott. Hey! Ach so. Ja, sch... Äh... Hä? Ich hab ein... Ach, auch noch das Unglück. Ja, jetzt ist alles. Och, und das auch noch in der 90. Minute. Weil ich hier Blödsinn... gedreht... Hm! Da waren gar nicht so schlecht, sag ich euch. Aber gegen diesen Röhricht hatten wir einfach keine Chance. Ich hab vielleicht Haarst drin lassen zu sein. Das ist ja traurig, ne? Das ist ein bisschen traurig. Und... Hm. Und das heißt vor allen Dingen auch, wir bekommen kein Geld. Heieiei, was sagt die Tabelle? Siemte Platz. Verdient. Sind wir im Abstieg begriffen? Verdient im Abstieg begriffen. Und was haben wir denn hier in Nürnberg? Berlin. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ach so, Berlin. Ja, ist klar. Berlin. Na, danke. Na ja, dann... Machen wir gleich noch eins, ne? Wir schauen mal kurz, wie die so rumstehen. Ach nee, jetzt spielen wir gegen Berlin. Ach, wir sind noch... Entschuldigung. Wir sind... Ach so. Ja, das war ja das Problem, ne? Ach, ihr habt zu mir gesagt, wo man das ändern kann. Hier? Oder... Ah, Mann. Ihr habt es mir, glaube ich, gesagt. Eine Info? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo konnte man es ändern. Naja, das mache ich allein. Wenn ich es... Also gut, dann gegen Berlin. Ah, das ist ja ein bisschen blöd, aber... Okay. So, wir schauen mal. Ähm, was haben die da so für Spieler? 19... 23... Aber, schaut mal hin. Kontrollen zwar, aber hier... Wir müssen eindeutig über rechts. Was haben sie hier vorne? Rick. Ist aber nicht ganz... Na doch. Oh, dumm. Oh, schaut euch. Den Blödsinn. Wir sind in der falschen Liga. Wir werden sowas von absteigen. Sag ich euch. Puh. So. Rechts. Rechts. Ja, ich... Bin mir gar nicht so sicher. Na ja, doch. Doch, wir lassen es noch mal so. Okay. Spiel. Satz. Und... Sieg. Wir spielen daheim. Das heißt, es gibt... ...verkäufe von Tickets. Und wenn wir jetzt noch gewinnen würden... Na, wir gewinnen wahrscheinlich... ...wauw... ...wauw... ...probieren Sie. Aber mit viel, 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 viel Glück. Aber okay. So ist es eben im Fußball. Ein bisschen Glück brauchen... Oh ja, klar. Wer ist sonst? Den haben wir eigentlich hier stehen drin. Und? Sehr schön. Weil irgendwie ist in der Defensive irgendwie ein bisschen der Wurm drin, ne? Queering mit gelupften Ball. Pass. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Die hat dann zu Queering. Sehr schön, Queering. Bitte zu Wood. Und ich sag mal, Wood, behalte es. Behalte die Murmel mal. Sehr schön. Oh, das ist schlicht. Wieso darf der denn eigentlich noch mal? Weil er Motivation hatte? Oh, Mann. Queering. Komm mal her. Press mal. Ich hatte ja irgendwas falsch gemacht. Oh, wir haben nie das Glück. Ja, der hat ja wahre Motivation von... ...von 184. Das war ein Fehlposten. Ah, jetzt ist es natürlich wieder doof. Weil jetzt muss man es sein. Ah, jetzt muss man... Ja, da war es doof. Schaffst du es, Trimmel? Ja. Okay, dann... Verteidigung, Genauigkeit. Gehen wir das Risiko ein. Oder... ...spielen wir halt... ...spielen wir die... Ach, das kann er gar nicht. Oder spielen wir die Murmel zu Quint? Und... Ne, wir gehen das Risiko an. Der Trimmel ist ja nicht so schlecht jetzt, ne? Ja, ist mir klar, dass die das jetzt zustellen. So, wie weit kann es... Oh Gott, das ist ja traurig. Wenn er wenigstens so Queering spielen kann, denn er... Na klar. Mhm. Quint nimmt... ...und... ...versuchen wir mal Glück. Danke. Ey, von hinten! Schiri! Ja, das war in Ordnung. Aha. Ja, nee, wir müssen... ...trotzdem... ...ah, Brandy... ...das ist schwierig. Brandy... ...ne, das geht gar nicht. Mhm, 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 mhm. Hm. Und wenn der jetzt da draufhaut, ist doch Quatsch, oder? Ja, und deutlich. Boah. Diese... ...Parlehmann, ne? Also, Kontroll hatte ja eigentlich nicht viel. Beteiligung, aber auch viel. Hm, äh, halt, halt. Bei mir ist... Hm, probieren wir es noch mal? Einmal noch mal. Das ist sehr schön. Sehr schön. Dann kannst du nämlich noch die Rinde. Und dann kannst du mal dein Glück... Oh Gott, das wird schwierig. Der Mangon-Turm, man auch noch dazu. Das ist schwierig. Aber Motivation für Wot. Hm, hm. Das ist... Und vor allen Dingen sind die echt ungenau bei ihren Pässen her. Was macht der jetzt? Sehr schön. Quint, ne? Quint ist super. Aber wir müssten den jetzt hier hinbringen. Ach, komm. Hoppinsen. Ja! Oh, war das eine Vorlage. Oh Gott, war das eine Vorlage. Komm, hau ihn rein. Batch! Boom! Ja! Traumhaft. Ups. Leider ans Mikrofon. Danke. Wer noch nicht mal Spiel gewinnen. Weg ist... Wir dürfen Weg nicht unterschätzen. Aber... Trimmel ist ja schon. Er... Er... Oh, oh. Er... Ja, wie gesagt man. Seine Charter putzt er aus. Nee. Zu ähnlich. So, Quint müssen wir aber raus tun. Und dafür haben wir zum Beispiel... Ach komm. Unseren alternigen Fürsten noch mal rein. Hm. Und für... Nee, Quering möchte ich noch nicht raus. Wir werden trotzdem mal Schmitz dann rein. Oder wir hätten Schmitz vielleicht doch hier rein. Ja. Ja. Ja, okay. Sei's drum. Trimmel das nur auf alle Fälle erstmal noch drin. Und starten... ...die zweite Halbzeit. So. Ja, der ist voll motiviert. Das ist schlecht, denn dann bekommen wir ein Tor. Ne, was sieht beinahe so aus. Ja. Das ist natürlich... Wie sie ist. Das können wir jetzt nichts machen. Wir versuchen allerdings... Ach, Schmitz haben wir jetzt hier. Hier ist... Klappt ja hervorragend. Nee, wenn du ein Gelupft machst, ne? Dann machen wenigstens... ...zu unserem Freund hier, Bobby. Bobby. Hei, 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 bo. Danke. Bobby. Hei, hei, hei. Bo, bo. Ja. Einmal hin, einmal her. Das ist supi. Hm. Na, lass. Mach's allein. Und? Ähm... Ach, was ist das? Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, Rick ist wieder ganz normal drauf. Ah, danke. Ach, Trin. Wieso, ne? Normalerweise haben wir doch in die Verteidigung so viel gelegt, ne? Sind wir schon wieder rangekommen. Ja, alt bewährt, ne? Obwohl, dann könnten wir es auch so machen. Pass. Dann gehen wir auf Nummer sichern, ne? Pass. Und? Danke. Na, Motivation hat es schon wieder. Und dann darf er gleich wieder, ne? Das ist echt, das hatten wir doch schon mal. Kommt mir sehr bekannt vor. Und das Ganze mit dahin und haben es nicht geschafft. Ja, was will ich noch machen? Das ist ja die einzige Chance, die hier... Press. Und zwar in Kampf. Oh. Obwohl. Oh. Ah, okay. Warte mal, dann wechseln wir auch unseren Wood aus. Und zwar, wenn haben wir den... Ach ja, ein Spitzer. Genau. Der ist sowieso total hinüber. Oh, bitte nicht. Puh. Gefährlich, ne? Äußerst gefährlich, ne? Hm, ah, 60 ist wenig. 60 ist noch weniger. Hm, trotzdem. Okay, ist in Ordnung. Dauber. Dauber, halt den bitte. Das wäre toll. Ah. Ne, Dauber ist da... Der ist wahrscheinlich Schmitzbissen. Eieieie, jetzt wird's übel. Nein, nein, danke. Oh. Komm, bekommst du den... Tatsächlich. Ähm, dann hau ihn sonst wohin. Hier zu Quering. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Quering, ohne dass ich Control gemacht hab. Das ist supi. Willst du es trotzdem mal probieren? Oder wollen wir nochmal Wood schießen lassen? Von so weit weg hier, da drüben. Von hier drüben mal schießen müssen. Ach komm. Ah, schade. Ja, wir müssen eigentlich mal auswechseln, ne? Ja, klar. Gut, meis. Ei, 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 ei. Will ich vielleicht auch nicht machen sollen. Nein! Oh. Horst. Danke dir. Ich hab' schon gedacht. Sehr schön. Halt, wartet mal. Wollen wir nicht lieber den Quarner geben und der Control den? Wollen wir nicht lieber den Quarner geben? Hm, ja. Das machen wir auch. Obwohl, 90. Minute, ne? Ach komm, hau mal rein. Ähm. Okay. Quarner, du bist unser Held. Der war nicht schlecht. Aber wir haben ganz wenig Schüsse drauf gemacht. Immerhin haben wir getroffen. Die haben mehr Schüsse drauf. Und in Zweikämpfen waren wir auch nicht gerade gut. Na, immerhin. Gewonnen ist gewonnen. Wollen wir, ne? Sehr schön. Ja, Wut. Ja, den brauchen wir ja. Super. Schmitz wäre nicht schlecht. Oder Schwitze. Nein. Was soll ich sagen? Ja, Quering war natürlich super. Und Quarner. Der war auch nicht schlecht. Oh, sehr schön. Das hat einiges gebracht. Und für unseren Sieg haben wir auch ein bisschen was, ne? So, wie sieht es dann in der Tabelle aus? Oh, das hat uns hinaufkatapultiert. Schön. Sehr schön gegen Magdeburg. Wie sind denn die Magdeburger so drauf? Oh, die stehen hier verrückt. Damit stehen wir auch ein bisschen verrückt und nehmen einen raus. Was haben wir da hinten? Obwohl, ne? Ne, zwei reichen da wirklich. Und wohin stellen wir den? Eigentlich schon, ne? Passt. Dann muss Wut wieder auf die andere Seite. Obwohl, ja, wir müssen Spiele, ja, müssen wir Spiele gewinnen? Eigentlich eher nicht, ne? Wir nehmen da wirklich, wir nehmen den sowieso raus. Und wir den Schmitz reinnehmen. Und werden den, ja, so, ne? Ja. Und Quane, vielleicht Quane hier rüber. Und Brandy hier hin. Dann können wir uns ja von außen da so reinknuddeln. Knuddeln, knallen. Hm. 28. Was heißt denn das eigentlich? 28. Was heißt denn das für uns eigentlich? Wie viel brauchen wir denn eigentlich wieder? 80. Hm. Das ist noch ein bisschen hin, ne? 80 ist noch ein bisschen hin. Sagen wir mal, können wir eigentlich irgendwas wieder trainieren? Da habe ich doch auch irgendwas falsch gemacht, oder? Ich glaube, ich kann ja das freischalten hier. Ach, mit 60. Vielleicht sollten wir was freischalten. Zum Beispiel bei dem hier, ne? Oh, das könnte ich jetzt freischalten. Ne. Aber, danke, dass ihr es mir sagt, was mit Grummel 60. 60, kann man da was freischalten? Okay. Okay. Also, gut zu wissen, ne? Ähm, 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 i, ö, m. So, wir müssen noch als letztes schauen, wie sieht's aus. Äh, ö, i. Hier haben wir... Jo. Oh Gott, jetzt. Den könnten wir eigentlich... Ach, den machen wir schon in Control. Den machen wir auch in Control. Ähm. Ist es so gut? Ja, ne? Drömmel ist auch Control. Mhm. Und Grummel ist natürlich Verteidigung. Ganz logischerweise logisch. Und dann haben wir... Hier brauchen wir natürlich Pässe, ne? Also, mindestens bei Daube, ne? Obwohl, Daube müsste... Ja, Control, ne? Haben wir das letzte Mal schon. Ja, okay. Ah, okay. Okay, aber Schmitz muss auf alle Fälle... Pass. Die anderen haben alle Pass. Ja, ja. Ja, ja. Quint hätte ich gern noch ein bisschen Kontrollen. Ne, ja, mach mal Pass. Mach mal Pass. Warum nicht? So, Kvaner. Und Sören. Jo. Okay. Ja, du... Du musst natürlich hier Verteidigung ohne Ende. Kessel und Kram natürlich auch Verteidigung. Jo. Obwohl Kessel... Ja, ne. Und Kram auch. Obwohl er ein bisschen Kontroll bräuchte, aber... Kontroll für Fürsten, ne? Der spielt sowieso nicht mehr mit. Ja, okay. Ist in Ordnung. Obwohl er hat eine zu viel Pass, ne? Muss man richtig bedenken. So, dann Control, Control. Also Verteidigung, Thiel. Mhm. Ach, Verteidigung machen wir auch Thiel. Ja, ist auch mal eine Idee. Warum nicht? Und was haben wir? Hier, Control. Zweimal. Ja, eigentlich schon. Weil es ist gar nicht so schlecht, wenn man vorne controlt. Und Spitze ist gar nicht so schlecht, sehe ich gerade. Dann sollte man vielleicht da rein tun. Hm. Vielleicht mal für Brandy. Probier mal dein Glück. Spitze. So. Gut. Für heute. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.